Die BTV blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Trotz Corona, Inflation, Rohstoff- und Lieferschwierigkeiten habe die BTV im Vorjahr ausgezeichnete Ergebnisse erzielt, so Vorstandsvorsitzender Gerhard Botscha. Die BTV verzeichnet ein kräftiges Plus bei den Kundengeldern und sowohl beim Eigenkapital als auch bei der Bilanzsumme habe die Bank Höchststände erzielt. Das Allerwichtigste für die Bank blieben aber nach wie vor die Kunden und Mitarbeiter. Auf diese Bereiche wolle sie neben dem Umweltschutz weiter setzen. Seit 117 Jahren gibt es die BTV. Sie ist neben Tirol und Vorarlberg auch in Wien, Bayern, Baden-Württemberg und in der deutschsprachigen Schweiz tätig. Untertitelung des ZDF, 2020